Andi! Andi! Das ist dein Lied, der geht mal ab. Andi! Das ist dein Lied, der geht mal ab. Wir gehen jetzt zur Rampe, ne? Hey, wir gehen jetzt zur Rampe. Machst du mit? Ja, klar, Mann. Ja, und da werden wir Menschen sehen, die wir nicht mögen. Melli? Ja. Solidarn? Ja. Ist jemand da? Ja. Wow, das ist was Wundervolles, die liegt auf diesem Planeten. Echt? Und das hast du gar nicht, ne? Nein. Ja. Ey, ich muss um 15 zu nach Lüdenburg da, ja. Was musst du da? Musst du da? Musst du da hin? Ja. Aber willst du da hin, oder was? Ey, ich muss da hin. Ja, ja. Willst du zu uns? Wenn du erstmal gemustert bist, dann musst du da hin. Ja. Ja. Geht vorher ein, dann musst du da nicht hin. Wir fahren auch gut da. Geht mit deinem Tick, oder nicht mit deinem Tick. Geht 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 mit deinem Tick. Ja. Blödsinn. Nein. Aber dann Eier werden abgekrapft und so ne Kacke. Ja. Aber nicht in den Arsch und so. Doch. Geht mit deinem Tick. Geht mit deinem Tick. Nein, nein, nein. Das ist nicht so. Du kriegst einen Finger in den Puck. Nein, nein. Auf immer noch. Das war früher so. Auf immer noch. Meine Musterung war doch gerade mal ein Jahr her. Das ist doch völlig normal. Hallo, die wollen nicht checken. Wie die Sorte. Geht mit deinem Tick. Geht mit deinem Tick. Ja, musst du. Ist so. Ist so. Das ist kein Ausleih. Na ja, das ist ein Ausleih. Na ja, das ist ein Ausleih. Nein, Gott. Mann, ich schwör. Hey, Puck. Ich schwör hier. Das ist so. Ja. Felt der Pflanz, Junge! Was sitzt einer an dem Mann mit der Pflanzkauer? Wien, holen! Unser deutsches, holen, an!